Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück. Wie geht heute den göttlichen Pfad hier? Da haben wir alles übel. Aschelt doch nicht so oben. Ich sehe auch nichts hier. Okay. Okay. Sollte man hier rein? Sollte man hier? Das ist schon ekelhaft hier. Nein, über die Puppen, warum liegen Puppen rum? Ansonsten ist ja nix, ne? Die Puppen. Ok, da lesen wir mal. Klage der Hebamme. Das geht jetzt gar nicht. 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 Ich gehe zurück. Das Ding ist so finster drin, ne? Das geht jetzt gar nicht. Was? Okay, wir gehen mal weiter. Keine kleine Fotos machen, ne? Ah, da geht's lang, okay. Ja, warten wir uns weiter, ne? Oh Gott! Finster! Hab ich eigentlich noch? Ähm, ähm... Find Lin! Nichts ist wichtig, aber Lin! Vielleicht von dem... Nachladen! 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 Na gut! Nachladen! Nachladen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe aber die Wand Ich sehe aber die Wand Was ist das? Natürlich Batterie Ich sehe aber die Wand Ich sehe aber die Wand Ich sehe das Das ist nichts Ich sehe die Wand 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 Das ist voll. Okay. Danke. Mitten im Reifenwein. Toll. Danke, Oma. Der schöne Reifen, Mensch. Okay, ich kann auch rennen. Das ist schon mal gut. Also, Batterie holen wir uns. Hier kann man sich aber nirgends verstecken. Schlagen kann ich auch nicht. Soll ich hier da rumrennen mit dir? Okay, Arten finden tut sie mich auf jeden Fall. Ich kann mich auf den Flasch von Rundern, die leidige Mann und Horsen beantworte. Für die Todesmacht und die Rundfrau sind direkt da vor ihm. Da ist nichts drin. Ach so, er wird ja... Wie lacht ist denn das? Oma? Oma? Oma, ich renne mal wieder runter. So, ich geh hier hin. Freunden durch. So. Kommst du? Kommt dir der, oder nicht? Kommt dir das weiter runter. Hm. Was müssen wir denn machen? Wir rennen mal. Wir rennen. Ich... Was? Ich hab jetzt okay, ich kann nicht. Tschüss. Tschüss. Jetzt war das nicht die Omi, jetzt war es der Opa. Ah. 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 Gott steuern in den Wald. Nja. In the biblical life of the Lamb's name. Nja. So. Hä? So. 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 ich lass nur nicht wo ich aber bin ein bisschen eingeschränkt und wo ich so genauso wenig sehe Omi Omi Du bist aber schnell dabei Lass mich doch in der Ruhe Genau in der Mitte